Den und... Ach, da ist noch einer. Okay, dann baller ich den erstmal weg. Und ein Stonehammer. Oh, wie schnell das geht. Oh, herrlich. Wenn ich dann erstmal irgendwann einen Diamanthammer hab, dann bräuchte ich die wahrscheinlich nur einmal antitschen oder so. So, mal gucken. Was kriegen wir jetzt hier raus? Wie viele? Zack. Ach, warte mal. Habe ich jetzt gerade die Pulver auch wieder reingepackt? Nee. So, die können wir ja schon mal hier reingeben, ne? Soll ich erstmal Molten Aluminium Brass rausholen? Molten Copper. Ich glaube, ich werde das Kupfer erstmal rausholen. Aber erstmal... ...werde ich die drei noch machen hier. Zack. Vielleicht kriegt er ja dann wieder Molten. Ah, hier. Guck mal. Und wir können das jetzt natürlich auch größer machen. Wenn wir die jetzt noch... Äh, hatte ich nicht vorhin noch zwei? Ja. Die können wir nämlich jetzt auch dafür verwenden. So. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch welche uns wieder zu machen. mit diesem, ähm... Clay-artigen Zeug. Und dann können wir die größer machen, die Schmelze. Bis zu drei hoch. Hupsala. Guck mal, da passiert... Ja, jetzt passiert das. Und jetzt müssten wir eigentlich Blut drin haben. Ja. MB5. Fünf Blut. Ja, von uns selber Blatt. Boah, ich werde jetzt mal eben die Dinger hier abmachen. Weil sonst habe ich nämlich hinterher da oben Monster drauf. So, mal schauen. Wie sieht's aus? Geht die? Ja. Nee, geht nicht. Schade. Ähm... Nee. Leider nein. Nein, muss ich immer wieder eine neue machen. Nicht schlimm. Habe ich noch Knochen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ähm... Dann noch das Holz. Da sind noch zwei. Boah, ihr wisst gar nicht, wie mich das abtörnt. Dass ich die ganze Zeit hier mit meiner Maus hängen bleibe. Na komm. Erstmal den kleinen. Ist immer so demotivierend, wenn man so eine riesen Bäume da hat. Es gibt ein Reward-Bag hier. Da ist eine Ho of Grow drin. Und eine Eggs of the Stream. Und eine Pickaxe of the Core. Aber ich glaube, dieses Glück hatte ich nur einmal. Und werde es nie wieder bekommen. Und das war natürlich nicht in meinem Let's Play, sondern in meiner Welt, die ich vorher angezockt hatte. So, hier war, glaube ich, noch was drin, ne? Da ist er. Zwei Stück? Boah. Da hast du aber dir Mühe gegeben, du. Ah, da ist noch einer. Danke. Kein Essen mehr. Da. Brote. 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 Na komm. Haben wir denn jetzt hier noch Kohle drin? Nee. Dann muss da Kohle rein. Ups. So. Sollte erst mal reichen. Ähm. Weiter. Komm, gib mir jetzt wenigstens dann vernünftig. Ach, guck mal, schon die ersten paar Male und dann schon direkt drei, vier. Sehr cool. Ich brauche nämlich mehr Erde. Ich brauche nämlich mehr Erde. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte mir irgendwo mal so ein Stückchen Gras machen, so ein Stückchen Wiese, damit da vielleicht eventuell Kühe oder sowas spawnen können. Dafür brauche ich natürlich eine Menge Zepplinge. Ich werde jetzt hier nicht alles abmachen. Den Rest lasse ich dann einfach die Cain. Aber so weit ich komme und es mir keine Umstände macht, kann ich es ja machen. Das ist ein Riesenbaumer. Deswegen hat der so lange gebraucht, bis der kam. Tee. Na gut, da ich direkt vier von den Dingen gemacht habe, wollte er erst nur zwei machen. Ich bin jetzt mal gespannt gleich, wie viele Zepplinge ich habe. Guten Tag. Wie süß. Oh, da oben ist auch noch einer. Boah, da komme ich so schlecht hin. Hallo. Geronimo. So, dann werde ich den Baum mal abholzen. Das ist ebenfalls immer so eine Kraxelarbeit mit so Riesendingern. Aber die Hatchet, die kann ich jetzt nicht irgendwie. Die bekommt jetzt keinen. Doch, bekommt die auch. Weil 200 ist ja cool. Na, dann werden wir mal noch ein paar Bäume hier abholzen. Oh, da war wieder ein Zeppling. Cool. Zack, einmal hier drauf. Boah, so viele Zepplinge. Ich bin echt gespannt, wie viele ich gleich habe. Riesenbaum. So, der letzte hier drüben. Vor allen Dingen auch wieder eine Menge Holz. Das ist ja auch so cool, weil wir hatten ja so wenig Holz nur. Oh nein. Muss ich mich hochbauen. Okay, ich sehe es schon. 30 Stück. Und wenn ich das jetzt einmal so wie so sehe, dann kann ich die direkt da vorne reinpacken. Einmal hier einen hin. Einmal da einen hin. Oh, guck mal. Da war noch was drin. Und da auch. Wow. So, 15 Stück über. Essen. Essen, Essen nicht vergessen. Lecker gebackene. Ach nee. Ich musste mich hier hochbauen. Da ist noch einer. Oh, noch mehr. Gib mir alles, was du hast. Und die letzte Crew. Vielleicht schaffen wir das ja noch, die hier zu verballern. Oh, 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 oh. Lecker, lecker, lecker. Halbes Hungerkeulchen. Ist da runtergefallen gerade. Na ja, so schlimm war es ja jetzt nicht mit dem Holz, fand ich. Das sind ja jetzt, glaube ich, die letzten hier. Dieser noch. Und dieser noch. Das müsste gewesen sein, oder? Warte mal, kriege ich eigentlich jedes Mal... Hä? 57 von 150. Was soll denn das jetzt? War das nicht gerade mehr? 57 von 150. Hä? Ach so. Moment. Nee. Hm. Nee. Das gibt leider nicht. Das gibt nur, wenn ich die Monster damit töte. So, und der Rest kann dann einfach decayen. Und da unten liegt ganz viel Stuff, den ich mir gerne holen würde. Ja. So geil. So viel Zeug. Hammer. Also das hat sich jetzt richtig gelohnt. Huh. Ach ja. Die hat ja auch noch einen Effekt. Guck mal. Zack. Die macht, nimmt jetzt hier die Torch und würde die dann platzieren. Genau. Das hat er total vergessen. Da oben war jetzt nichts mehr, ne? Nee. Und hier aber noch. Geil. Hammergeil. So, ich futter mal kurz nochmal. Und dann löse ich mal wieder meine Hand von dem klebrigen Mauspad. Ähm. Nochmal 29 Stück. Geil. Jetzt haben wir wieder zwei Stück. Und dann nochmal zwei. Boah. Hammer. Also zehn Stück oder so, denke ich mal. Oder neun vielleicht. Nur dreimal drei. Da müssten eigentlich schon Viecher da spawnen. 13. Ja. Wir sind auf einem echt guten Weg. Und da wieder zwei. So. Davon auch. Ups. Ja. Da haben wir auch wieder Futter genug. So. Äpfel sind auch wieder da. Wuhu. Ähm. Viecher töten. Mal kurz. Oh. Der hat einen verzauberten Bogen. Gib her. Hallo. Creepy. Kaputt. Da steht aber noch ein böses. Da. Hallo. Noch einer? Nein. Ich sehe es immer auf der Minimap. Habe ich den Bogen bekommen? Nein. Oh. Sind aber auch geizig immer. So. Dann werde ich mal das Holz wegbringen. Vielleicht die kennt ja da noch. Vielleicht bekomme ich ja noch den einen oder anderen. Leider nein. So. Wieder zwei. Cool. Und nochmal zwei. So. Dann noch drei. Ne? Sechs. Ja. Zack. Ähm. Ich habe wieder Eis. Die kommen hier hin. Die hier hin. Und mehr war nicht. Ne. So. Weiter im Text hier. Ich habe das jetzt gemacht. Ah. Guck mal hier. Molten Aluminium Ingot. Sehr geil. Unser erstes Ingot. So. Dann werde ich jetzt das Kupfer. Oh Gott. Dieses Geräusch. Aber ich brauche ja noch eine Enderperle. Eigentlich müsste ich mich ja wieder mit dem Anlegen da. So. Dann packe ich die mal hier unten rein. Tata. Tata. Kupfer. Muss mich echt mit dem Anlegen. Aber dafür lege ich erstmal wenigstens das Holz weg. Alles andere ist scheißegal. Aber jetzt habe ich ja die Hatchet. Und die. Ups. Schmeiße ich mir eben vor Schreck weg. Das geht ja einfach. Ich habe einen Bogen. Einen fast kaputten. Und keine Enderperle. Aber ey. Das geht ja einfach. Hammer. Geh mal her. Und nochmal. Wie viele Ingets waren da jetzt? Elf. Oh. Ich brauche unbedingt so ein. Boah. Weil dann wäre das nämlich echt. Warte mal. Wie heißen die nochmal? Smeltery. Ich gucke mal eben, wie man das macht. Das teilt. Smeltery. Oh. Nicht Barren, sondern Block. Müssten eigentlich irgendwie so heißen. Blockcaster. Burnt Brick. Burnt Brick. Ja, ich brauche. Warte mal. Guck mal eben nach Caster. So. Das ist so ein Ding. Auf jeden Fall. Da. Dieses hier brauche ich. Carsten. Basin. Genau. Und da kann ich dann nämlich hinterher die Blöcke reinmachen. Brauche ich die. So einen habe ich noch nicht, oder? Ne. Ja, dann. Währenddessen ich hier schmelze, kann ich das ja mal eben machen. Das ist so schön. Vielen Dank.